reichen herr kommt auf die größer base an sie gewinnen grad wenn das mit wahn aus dann aber die kommen hier ordentlich ran dann aber hinter b punkt spion im tour im baum glaube ich weil irgendwas ist ein baum da drin ja sandra hinter der base schon wieder schlecht ist er noch da ist er weg wird ja im baum ist tot und schweiz noch eine runde fliegen die haben die nachbrenner irgendwie rausgenommen ich weiß zwar nicht warum er von den flugzeugen ja aber ich weiß ja wir haben standardmäßig nachbrenner verstärkt was ist es war es gerade ein flugzeug und dann wirst du gleich beschossen ja weil das ist bei hierbei watchtower den ihr auf drei sandys wüsterfeind letztendlich meins vorm becken hier oben am land plan fett wenn ihr glück habt könnt ihr direkt auf den ihres handys trocken kill ist naja besser ist nix ein tod tod zwei tod zwei tode waren es drei tote drei tode waren in c4 besser mit panzer unterwegs jetzt bin ich auch da ich wollte gerade fragen ob jemand mit der stelle ich bin schon auf dem weg jetzt bin ich auch da ja und die passt fahrflecht ja auch gerne drei kills hier das geht noch wo hast du noch mit dir losfutter ja in einem stück herrkulich bin mit dem negativ und ich muss da dran kommen noch ein schuss ich hab so ach das war knapp auch erst mal kurz um die eckie erfahren aber erst mal suchen müssen wir gar nicht gleich gesehen bogen arts ja hoppla quasi spione ganz viele dumme dumme ganz dumme spione ganz viele hässliche dumme spione schon wieder ein angehütet der ist tot ist keiner mehr und was liegt rechts von der kugelente ist ein panzer kugelente k k warte mal warte mal fahr hinter den felsen ich repariere der sunday ist dauernd ich gebe euch deckung achtung eine leichte kommt gleich über den felsen drüber gehüpft die ist über euch gott ich habe die granate abbekommen ich habe die leichte verjagt da kommt die nächste vorsicht ja machen wir mal ein bisschen kitchen hier mit ding ist das und die mc rider hinten leute mc rider hinten und das wir müssen jetzt aber taktisch spielen jungs gelben wir haben 32 na gut 38 was sagt ist das ja was ganz neu ist ja dass man den wahlhaus noch ein paar bases übertreiben ich habe keine 50 ich habe gar nichts mehr mc is down jetzt muss ich 30 sekunden hier rumeiern wenn wir noch fünf minuten haben das bräuchte drei basen müssen wir von den wahlhaus klauen beziehungsweise es wird schwierig broken arch wird angegriffen skype drei basen nein es sind sechs prozent bei könnten reichen er kommt auf die größe besser aber sie gewinnen grad mit wahlhaus ganz drei wenn die eine gewinnen mir haben wir finden auch wieder saus am top aber wir haben schon san die bei broken arch dass sie sogar schön ist ja oben am felsen nummer vier ist doch dort oder der baller bad boy oh guck mal da ist ein sand oder ja das war nicht was ist denn da hinter uns war noch schwerer nur er hat der jetzt aufsteigen jetzt will ich einmal mit der tante hier was machen und das verstecken die sich alle was war das jetzt eieieiei oh sorry hatte mich gerade ein bisschen festgefahren schau hier sind keine gegner da jetzt wenn ich einmal ein tarnflasch gezogen habe ok der hakka saufmann wird jetzt gleich eingenommen ne wir haben ja eben verloren der hakka saufmann ne äh da haben wir das für uns zu tragen warum greifen wir jetzt den crowl an warum wärst du mir eine miene hin gut jetzt können wir bloß hoffen dass die terraner wo greifen die an ähm zwischendrin irgendwo nach vom meteoriten einschlag aus greifen die an vom impact können wir bloß glück wünschen damit die ähm galaxy solar plant noch einnehmen gegen die wahnwurst ja wir müssen die base hier aber holen also wir haben es an die oben am berg wir kommen nur mit leichten einheiten runter welche brauchen wir broken arch ok gehen wir runter weil wir brauchen wir müssen den punkt zu schnell wie möglich cappen ok jürgen jürgen noch nicht jetzt genau da ist noch die kante attacke vorsicht ganz viele mackrider und so sind da auch schon nein tot shit ich habe beinahe in sich sicherheit gewesen da war doch tatsächlich einer hinter mir und hat mir mit der schrotwinde in den rücken geschossen genau bei mir auch mir auch ich habe es noch reingeschafft habe einen erschossen und dann kam einer von hinten an die soll nicht oben kämpfen die sollen runter springen müssen einfach einen vernünftigen sandwörter aufbauen er müsste woanders springen ihr könnt direkt über dem a-punkt springen wenn ihr leichter seid naja ich guck gerade muss man hier wir können wirklich vorfliegen bis zum wegpunkt und da dann runter springen das funktioniert ich würde auch sagen wir probieren direkt ins gebäude rein zu kommen einfach aufs dach vom a-punkt drauf hüpfen und direkt rein rennen wieder so ein unsterblicher boah leck mich doch ja wir springen wir echt direkt rein ich bin bei A nein wir können A nicht sichern weil noch Crossroads noch fehlt wir können A nicht cappen ja wie lang noch nein echt geht es gar nicht ich habe es nicht captionen können ja wir haben auch einige oder? ne die rote Nachricht stand drunter ach so die rote hm guck 26 wie viel haben wir? weil das so umstritten ist glaube ich nämlich weil da drinnen ja gehe ich nach oben das ist klar mehr als genügend so ich mache das jetzt mal anders ich hole mal für uns den wir vernünftigen sandwörter aber wobei ne der hat auch nicht Kugel also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Spawn Beacon hier oben und wir können auf A-punkt jetzt droppen vielleicht sind wir auch mit Heavys runter ja und es ist tatsächlich so dass sie hier einen Punkt gecappt haben aber der wird gerade zurückerobert ja Sandi ist da und ich habe ihn gekriegt den direkt am A-punkt sauber so ich bin auf dem Weg na das war es dann aber auch schon wieder von Moulis wow 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 ich habe den Medic weggeschossen der den holen wollte den du erschossen hast ne ich habe ihn nicht gekriegt das war mein Problem doch einen hast du gekillt und ich habe den Medic erschossen der den wiederholen wollte ah jetzt komme ich mit der mit der Puppe oder auch nicht ja aber ich gehe als Stalker-Spiel und rein mit dem One-Hit-Messer und probiere mal ob ich damit was reißen kann ach so ich habe ja gar kein Spiel vielleicht sind die so beschäftigt mit sich selber zwei Kills zwei Kills oh oh ich schließe den eigenen über den Haufen ja klasse ich bin doch der beste Mann ja also jetzt haben wir hier einen vernünftigen Sandloh offen vielleicht fahre ich nachher auch noch ein bisschen weiter runter naaaah mann das ist immer so knapp mann 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 ich glaube jetzt wird das nicht aber wir sind es weiter geworden 33 ist okay 33 ist jetzt echt nicht schlecht wird zumindest für den umstand der dinge wie es vorhin war kann sich das sehen lassen dass man jetzt mit den terrenern die terrener von uns zu stark auf den sack bekommen haben habe die waldfront aufmachen müssen ja es passt aber schöne aufnahme bis zum nächsten mal wir sind raus und tschö servus und vor doch positiv oder negativ aber irgendwie willst die aufnahme nicht speichern ach so ja aber eigentlich muss es das war das negativ so